ja leute was geht ja willkommen zu einem kleinen 3 gegen 3 league of legends zusammen mit meinem bruder alter mein game ist verpackt erst mal sagt alter mein game ist verpackt nein nein mann ich bin da wo meine erheuert der er sich aus nein mann erinnert da wo man es fällt sind ist ein spiegel es in der lupe die alles ranzoomt okay aber ich kann zu trotzdem spielen also ich sehe meines welt nicht ja egal du kannst ja trotzdem spielen passt ja oben links sehe ich nicht um rechts ich nicht unten rechts ich nicht um eines welts sich auch nicht er macht ja nichts wie gesagt du kannst ja trotzdem spielen auch wenn ich kille dann geht der balken ein bisschen runter wie gesagt ja genau und wir spielen so weil mein richtiges lol irgendwie nicht so ganz funktioniert und also mein lol recorder funktioniert nicht so ganz wo ist er wo ist er da ist er da ist er siehst du nicht die scheibe war davor was für eine scheibe habe ich doch erzählt diese scheiben die alles ranzoomen ach so ja dann ich sehe gerade oben links ganz oben links sehe ich bei uns die base ganz ranzoomt ja dann lockt dich doch noch mal schnell aus start mal neu oder so okay genau und zwar spielen wir 33 weil mein lol recorder nicht funktioniert ich muss ihn neu installieren und ich hatte eigentlich ein blitzcrank spiel ein richtig cooles fünf gegen fünf wo wir irgendwie nur einmal also einer von uns ist nur gestorben das war natürlich ich und ja deswegen machen wir jetzt einfach so eine live aufnahme ohne nach kommentieren so einfach so ein fun game mit blitzcrank und es wir das schon mal hat mit halern und kopf mal beziehungsweise op talonskin und korki er nicht korki äh äh jorik ne wie heißt er joshie alter korki jorik joshie joshie und ich habe ein bisschen halsschmerzen wie man wahrscheinlich hört andauernd ich komme von den raffaello so da bist du jetzt müsste es doch dann gehen oder 90 prozent habe ich erst und so naja es geht yeah hat der timo das heißt äh league of legends videos mache ich jetzt erstmal dann bis ich das mit dem lore recorder hinbekommen habe was mich echt ärgert dass das video jetzt so halt kaputt ist diese datei ist jetzt fehlerhaft und deswegen ja kann ich erstmal nichts über den lore recorder aufnehmen das heißt nur live kommentieren so wie ich es jetzt tue aber das bringt denke ich mir auch ein bisschen mehr spaß dann auch teilweise wenn lustige situationen sind oder so zu zweit kann man ein bisschen besser lachen und reden es sei denn man hat halsschmerzen im moment ja genau das war mein headset ich habe es kurz ausgeschaltet damit die halsschmerzen besser werden so komm 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 alter hat die ihren stun er hat sie ja jetzt sie gerade angrabbeln dieser schaden ich bin begeistert any ich bin richtig epic begeistert m hey mein hals ist ja übel alter die minutes würde uns gerade knöppeln was war das denn oh mein gott alter epic grab of the week komm garen kommt in vier sekunden habe ich wieder ranziehen ranziehen in vier sekunden yeah ach ja any dieser epic schaden ich bin so begeistert immer noch ich finde es lustig dass die meisten immer vergessen dass man ja das blitzkommick ja noch diese passiv hat ne mit dem man aber es wird auf jeden fall noch ein richtiges blitzkrank game kommen ich hab getankt ich hab tower getankt ja ja ich stehe ok jetzt stehe ich im bus genau also ein richtiges blitzkrank video wird noch kommen das ist sicher aber halt jetzt erstmal so ein bisschen live kommentiert so ein bisschen live kommentiert um genau ja mann es gibt mir noch 60 gold die ich hasse ah ich bin grad doof egal ich hole mir jetzt einfach diese träne erstmal lalalalalalalalala ist er denn noch gestorben nein nein er hat sich mit seinem dings weggejumpt hattest du cooldown oder hattest du nur warten müssen bis du wieder mana hast warten bis ich mana hatte ja ja ok getroffen aber kurz bevor es da war ist er weggejumpt das ist doch immer mit seiner w oder so keine ahnung that's immer so yeah 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 das bringt dir überhaupt nichts lol mein hochschlagen funktioniert nicht ok achso das ist ja auch ein hit ne den ich immer mache so lol wenn die ganzen minions ja nicht da wären die würden uns knüppeln ja eben deswegen ja schnell weg hier die würden uns knüppeln wie sich das anhört der man kann doch eigentlich schiller gut auf support spielen weil die w sind dann auf ap weil die wir ja auch so viel tech speed gibt was 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 meine nein jetzt hier kann man auch gut auf support spielen als ap mit der w geht ja so viel tech speed macht das gibt die w hoch oder wie ja jetzt mal hoch jetzt mal hoch wo ist er da ist er gegen wenig mehr oder was war und ziehen auch und ziehen ja nein scheißulti von ihm ist ja cool wenn der tower in skillshop wäre damit könnte man da vorspringen und rennen den herren aber das ist der leiden in n Col n ver es war noch mal hier glanz reproductive j wir her Tränker. Einfach nur, weil die unten Doppel-AP haben. Yeah. Ich hab Ulti. Wow, Ulti hat 15 AP, das ist ja voll OP. Ich hab 16 AP. Ich hab 12. Alter, lass mal von oben da rein gammeln. Und dann von oben rausgraben. Ja, Mann. Ich glaub, damit hat Annie nicht gerechnet. Ich bin mir fast sicher. Oh, da ist ja auch ein Zed. Ich dachte, der stirbt nicht. Mein Ulti hat gerade vollzieht, der Match gemacht an ihm. Ach, schade. Wär sie noch einen Meter weitergelaufen. Einen Meter, so. Das ist auch irgendwie cool, wir haben für so einen neuen Champ. Da schießt irgendwie so eine Kugel als Skillshot. Aber wenn du jemand mit der Kugel triffst, dass er dann direkt zu dir teleportiert wird. Alter, natürlich. Das wär voll übel. Der ist ja voll cool. Der ist ja voll je je oh oh. Hä? Mika! Scheiß Tibbers! Scheiß Tibbers! Der ist scheiß Danny Bear! Alter, Hextrinke und Barriere. Doppelchill. Der hat mir gerade nebengerentet. Eigentlich muss ich das Schild nicht, aber ich muss nur mal testen, weil es so viele nehmen. Das ist ganz lustig. Er ist ja noch mal testen. Ach, komm. Timo, du nu. Mach hinne. Na. Ja... Hi Annie 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 Nein Warum bin ich jetzt Oh sie hat natürlich Geh auf sie Warum gehst du nicht auf sie Oder so So kann man's auch machen Ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich das blöde Lied von Whiteity im Kopf, man. Das Outro-Lied. Das Abspann-Ding. Nimm ein, das Teil. Welches von denen? Yeah. Welches sonst? Das von uns ist eingenommen. Schlau mal hier. La 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 la. Die Lüde-Düde-Düde. Die Lüde-Düde-Düde. Yeah, yeah, yeah. Ba, 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 boom. Ach komm, der Grab war epic. Du mit deinen Profi-Grabs, ne? Ja, ne? Alter, dieses Schild ist so geil. War da nicht gerade noch einer? Ich will ja nichts sagen, aber ich habe einen neuen Null. Warum greifen die ihn an? Oh, jetzt greifen die mich an. Nein, der wird mich niemals kriegen. Faust in your face. Ich glaube, ich nehme mal kein Carry-Bip, oder das 33 ist, oder was anderes. Ja, mach doch. Wie du meinst. Ach ja, Timo hat immer noch 15 AP, er kauft sich Attack-Speed lieber anstatt ein bisschen AP. Ja, gut von mir aus. Ich glaube, er holt sich leiden, aber leiden ohne AP bringt nichts. Eben. Macht ja irgendwie 15% und noch irgendwas. Boah, hat er dazu. Damit sie kein Damage macht. Ja. Alter, dieses Schild. Obwohl ich es dann gar nicht hatte. Oder hatte ich mal extra gern. Voll das OP-Team, ohne Mist. Ja. Er verliert oben gegen Zett. Und Garen, der gegen Zett verliert. Ja, Glückwunsch. Ups. Zieh lieber Annie. Fail. Ich kann gleich ziehen, ne? Annie ist dann sowieso sofort tot. Das coole ist, die machen alle meines Bestes noch mehr Dammit, weil ich halt nicht so viele AD-Runen habe. Ach, ja, komm. Elvinion. Gib ihm. Komm, Garen, hau rein. Scheiße, ich habe gefehlt. Ich glaube, der läuft irgendwie direkt hoch oder so. Keine Ahnung. Ah, die Minions. OP-Damage. Meine Passiv-Kill-D hopp noch ein paar Minions. Alter, Eddie hat nur lacht Ja, normal Es hat eigentlich überhaupt keinen Sinn, dieses Gletscherschleier zu holen, weil das ja nur Rüstung gibt, ne? Ich hole mir nur ein bisschen Magie, Resi Es gibt doch auch eine Z-Drängerung in Mana, das ist alles, was du brauchst Du kannst öfter grabben Oh, Mana, da, 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 wo hab ich denn hier Mana? Oder einen Katalysator für Leben Oder Magie, Resi, Schuhe, weil die doppelt ab Ich hole mir, Athen ist halt unheiliger Gral Yeah Athen ist voll der OP-Lappen in Diablo Aber ich mag den irgendwie nicht, der ist doof Der redet so komisch Englisch, so ganz förmlich, merkwürdig Ich komme Hä, diese Schild, ne? Blitzcrank, der OP-Lebensretter. Tibbers. Tibbers! Ab mit dir nach oben. Ja, sie haben auch gegeben. Ah, da war Tibbers gesehen. War doch eine schöne kleine 3-3-Runde. Ja, ich glaube, wir machen gleich noch ein Game. Und das nehmen wir einfach auch auf, damit wir ein bisschen Material haben. So für zwischendurch. Also, haut mal rein, Leute.